Achso, das ist vom Agent Havis, ein Blutbeutel. Ja, da sind nur noch ein paar Bären drin. Na komm, dann gehen wir da rechts hin, aber machen es vielleicht hier gleich am Fluss. Das Hütchen. Also relativ... Oder wo ist das erste Eisen? Das ist die Frage. Das müsste jetzt von dir aus gesehen ein bisschen Balk hoch sein. Dodo braucht ein bisschen... Hier sehe ich schon Obsidian, also müsste Eisen nicht weit sein. Ja, da direkt vor dir, ein bisschen rechts, da ist der erste Brocken. Ja, dann können wir doch hier die Hütte bauen im Wald unten. Na komm, dann können wir gehen. Oder noch ein bisschen nach rechts. Weil wir müssen immer so weit laufen, wir können auch hier die Hütte bauen. Letzten Endes ist es wurscht. Wenn einer vorbeikommt, sieht er uns. Ja, ich würde es aber irgendwo dann hier so ein bisschen um die Ecke machen. Die stelle ich aus gut, die gefällt mir hier zwischen den Steinen. Wenn wir da eine Steinhütte hier stellen, das fällt nicht wirklich auf. Okay, machen wir so. Hier haben wir die Eisensteine vor der Nase. Na gut. So, hast du... Du hast noch keine Foundations gesagt, schätze ich mal, oder? Ich bin gerade am Durchleeren. Machen wir Stone Foundations und Stonehütte? Ich würde eine Stonehütte machen. Steine gibt es hier mehr als genug. So, Königin ist auch da. Dann hole ich Steine schon mal bei. Ja, mach das. Ich schaue mal, dass wir Lagerfeuer machen können. 2 oder 3. Kannst du mir die Stonehütte geben, Gsa? Bitte. Äh, die Metallhütte. Ja, mach ich das. Hätt ich dir die gerade mal fallen lassen. So, äh. Legst du dir einen Trik rein? Mhm. Lektron. Wunderbar. So. Genau, dann holt da nur ein bisschen Holz. Ja, ich mache es auch Lagerfeuer, weil es wird hierher oben wahrscheinlich in der Nacht genauso wie da ist. Oh ja, ja. Man kann es gleich mal 3, 4 machen. Ja. Da vorne ist ein grüner Lutstrahl. Den holen wir nachher. Ja. Hä, hä, hä. Warte mal mit dem Strike. Achso, da ist noch gar nichts drin, deshalb. Ja, da ist noch ein bisschen das Schrank drin. Was ist das kommt aus? Da sind auch Steine, die fehlen. Ja, Steine kommen rein. Warte, bleib noch dran. Ja, ja, ich bleib dran. Wie viele brauchst? Steine sind drin. Ja, viele. Okay. Ich kann dir, okay, sind jetzt nicht so viele. 10 kann ich da geben. Gut, 2 von der ist noch echt schon. 3 Lagerfeuer sind schon drin. Ich hole jetzt wirklich Holz, damit wir was zum Trennern haben. Wir sollten vielleicht jetzt hier alles wegholzen, weil sonst können wir unsere Hütte nicht verstecken. Holz von weiter wegholen. Ja, ich gehe schon runter. Holz von weiter wegholen. Nicht hier die. Oh, scheiße. Der Bude ist bei mir egal. Da noch gerade einen großen Baum da unten auf jeden Fall stehen lassen. Der macht hier echt schön Deckung. Ich hole nur gerade die kleinen. Sieht man auch nicht, wenn sie umfallen. Oh man, ich bin echt SOTF geschädigt. Okay. Ja, ich überlege auch gerade, ob ich die, ob ich nur die kleinen Steine haue. Ah, was ist das? Das sind Ruinen, oder? Cool. Und wieder Ruin? Nein, aber ohne Entdeckernotiz oder was. Das war einfach andere Steine. Andere Textur. Schaut ganz gut aus. Ja, ich habe wieder einiges an Steinen im Trike. Wenn du sie abholen würdest, du jetzt am schnellsten. Ja, ja, ich kann. Beziehungsweise bring Holz mit halt, da ist keins drin. Achso, da werde ich schon. Ja, nö, ein Holz ist alle. Holz kommt sofort. Der Trike kann sich auch nicht mehr lange bewegen. Ich renne, ich renne. Ich muss nur auf den König warten. Ah, auf die Königin. So, Trike kommt. Ich pfeife ihn da mal ab. Übrigens habe ich jetzt... Von Keuerkraut den Stern an dem Romholz, der bitte nicht. Ich kann es verkauen. Der gibt uns Deckung. So. Ich habe übrigens ein Hitzesymbol. Ja, ich auch. Ehrlich? Ja. Das ist kaum zu glauben, aber es ist so. Eine will ins andere Extre. Ja. So, aber ein paar Meter weiter oben hast du nichts mehr. So, Holz habt ihr jetzt... Achso, der Trike ist voll. Hol den grünen Lutstrahl. Ich hoffe, da ist kein anderer. Trike ist voll. Ja, tu es trotzdem rein, so gut es geht. Hab ich, aber ich habe noch über 100 Holz. Ja, dann nimmt Xa raus und... Ja. Ich habe einen Bank, einen Kopftopf. Na super. Ich mache den Lutstrahl nicht weg, dass keiner weiß, dass wir hier sind. So, ich muss die Königin jetzt abholen, die habe ich abgelenkt. Ja, ich habe einen Pinsel drin gelassen, aber einen Schrank habe ich. Den kann man bestimmt gut gebrauchen. Das ist wichtig. Obwohl, ja, können wir mal in die Hütte steigen. Also den Pinsel, den hätten wir aber auch genommen. Ja, ich habe auch noch die rote... Ach nee, die war im alten Charakter, der gestorben ist. Habe ich noch ein bisschen Farbe drin gehabt. So. Kann man dir noch irgendwie helfen, Xa? Was kann man tun? Ähm, ich brauche, wobei Wood hat's... Ja, Wood und Steine hauptsächlich zurzeit. Immer noch. Immer noch mehr Steinen. Was so eine gute Idee war, eine Steinhütte zu bauen. Auf jeden Fall, die hat ja nicht so schnell weggeklappt. Ja, das mag sein. So, Königin, du bleibst jetzt ja mal da stehen, weil du nervst mich. Was macht der Chat, Kia? Es wird gefragt, ob man die letzten beiden runden Paladins aus dem Mittwoch-Stream noch irgendwo sehen kann, die ja nicht mit aufgenommen wurden. Ach, die nicht mit aufgenommen wurden, wo man dann schon außerhalb der Aufnahme... Nee, da hat ja keiner mehr aufgenommen. Nee, das wird nicht das... Halt, wir werden angegriffen. Wo? Beim Trike oben. Ich bin überladen. Hilfe, Hilfe, ich bin überladen. Da ist ein Auto dabei? Ja, bin ja schon. Oh ja, bleib links oder rechts, nicht beides. Du, ich bin einfach nur am Ausweich, ich weiß nicht, wo mein Trike hin ist. Mhm. Da sind die blauen. Ja, wer auch seins. Oh, Drafter ist tot. Da kannst du eventuell im Bett bauen, sicherheitshalber, irgendwo versteckt. Ja, Moment. Der Koya, den wollen wir nicht. Den wollen wir. Wir hauen ab. Ja. Prost. Okay, ich bin fast tot. Tot. Brauch ein Bett. Kannst du eins bauen? Ich bin gerade dabei. Setsch, Moment. Ah, steh auf. Problem ist, ich habe Durst, aber okay. Achtung, da fliegen immer noch Pfeiler. Oh, leck bin ich doch am Arsch. Kann hier nicht mal alles da sein, was man braucht. Wo ist der? Hinter dem Felsen. Quasi genau dir gegenüber ist er. Okay. Ich brauche da irgendwie hoch. Ich versuche mit dem Schild abzulehren die ganze Zeit. Also den Raptor von denen habe ich gekillt. Aber ich pfeife aus dem letzten Loch im wahrsten Sinne. Hinlegen und Schild hoch, wird hier im Chat gesagt. Sehen gerade nicht mehr. Fliegen noch Pfeiler? Agentavis rechts. Richtung Lutstrahl gucken. Da kommt ein Agentavis vor sich zurück. Zurück, runter. Holen. Ich. Na? Ich weiß nicht, der will nicht. Der frisst da, glaube ich, den. Du hast den. Naja, der hat den Raptor. Ich bin so am pochen. Ich hatte halt auch ein bisschen Schiss, jetzt den zu nehmen. Okay, super. Schau mal rein, ob ein Schwer drin ist. Nix, schade. Okay, also die. In den Raptor Loot reinschauen. Okay, ich versuch's. Na, bleib du da, du pochst ja schon was gesagt. Ich, ja, egal, wenn ich sterbe, sterbe ich. Da ist nix, da sind vier Bolas drin, die hole ich. Nimm ich dir? Ja, Bett steht gleich. Gut. Bett steht. Wie? Die wissen jetzt, wo wir sind, das ist das Dumme. Ja, sobald die aber die Steinhütte fertig haben, können die uns nichts mehr. Na ja, dann sind wir da drin und die draußen. Wo ist unser Trike hin? Haben's wahrscheinlich. Das hätten wir gesehen. Schau mal in Trike. Schau mal in Trike, bitte. Das ist definitiv tot, das hätte ich gesehen. In Trike. Ich schau mal etwas weiter nach rechts drüber. Das ist halt abgehauen, einem irgendwie hinterher. Ich weiß, wo die waren. Ihr habt das selber zu uns gebracht. Die waren hinterm Lutstrahl. Da steht ne Foundation. Schade, Sarah. Das Bett mach ich kaputt. Und ich glaub, ich weiß, ja, mach das Bett einmal kaputt und ich glaub... Die sind überrascht worden hier. Ja. Die haben das komplett überrascht. Die sind lauter Blutbeutel. Die haben sich sicher gefühlt beim grünen Lutstrahl und dadurch, dass du dort warst. Die Königsmörder sind's hier. Ich bringe mal ein Setsch mit dem Fiber. Verwach mich mal, Danu. Verwach mich mal. Ja, ja, tu ich ja. So, Bett ist weg. Aber wo ist denn unser Trike hin? Verdammt. Ich weiß es nicht. Da ist er nicht. Also ich bring's auch eine Urne. Also auch ein Artefakt. Das heißt, die wollten auch damit leveln. Aber ich geh unser Trike nicht. Ich seh unser Trike nicht. Ich seh... Wo ist das hin? Ja, es kann irgendwo abgerutscht sein. Der verfolgt die Gegner noch. Ja, das kann sein. Aber der hätte dann irgendwann... Nein, wenn er die Gegner verfolgt hätte, hätten sie nicht zu lange beballern können. Dann hätten sie sich mehr um den Trike gekümmert. Nehmen wir an, dass sie ihn irgendwo festgekankt haben. Ja, der wird irgendwo festgepackt sein. Das ist eher so das Problem. Sonst wäre er schon längst tot. Weil den Trike kriegt man weg, wenn man... Wenn das das Einzige für sein verfolgt. Ja. Also ohne Trike ist echt fies. Hm. Ja, der Trike war schon gut. Ich geh mal zurück kurz zur Königin. Achso, da war jetzt auch alles drinnen, oder? Ja, aber die Königin lebt noch. Ja, ja, das weiß ich. Ja, die Königin lebt. Das ist richtig. Hier hab ich ein bisschen um die Ecke ins Gipisch reingezogen. Ja. Okay. Er ist irgendwie so bergangegangen. Ich muss jetzt mal kurz runter zum Wasser. Ja, bring mir einen Wasserbeutel mit. Ähm. Warte, ja. Ich glaub im... Ich nehm mal einen mit. Ja, nehm mal reichlich mit, soweit es geht. Ich weiß nicht, wo das Trike ist. Okay. Er ist zu weit, der ist bergauf gelaufen. Sie hat ihn am Kampf noch gesehen. Ja, hab ich. Hab ich auch. Sie ist bergauf. Ich hol mal Wasser, aber ich verdurste es sonst demnächst. Das, das bergauf hatte ich auch noch im Kopf. Und ich bin ja auch jetzt hier bergauf gegangen. Jetzt kommt ein Hebel. Super. Nur so weit bergauf. Der Hebel ist ideal. Weit bergauf kann ich doch gar nicht. So, ich hab jetzt vier Wasserbeutel voll. Da kannst du uns ne Kiste oder sowas hinstellen. Mhm. Weil ich würd gerne mein Zeug loswerden und dann kurz nach oben Richtung Trike suchen gehen. So. So, Wasserbeutel sind einmal drei drinnen. Ich hab euch heute alles reingegeben. Und ich geh. Toja, wo bist du hin? Ach, ich seh dich. Ich geh in die gleiche Richtung. Nur pass auf, ich glaub, weiter rechts sind die drei. Ich glaub nicht, dass von denen noch viel übrig ist. So wie die Basis aussah. Ganz, die hatten ja böse Überraschung. Ja. Da war nichts mehr. Da waren alle, alle Sachen. Die haben eher zerstört, weil sie uns entdeckt haben. Denk ich. Könnte natürlich auch gestanden. Da haben sie doch ein bisschen was mitgenommen. Dazu hatten sie die Zeit nicht. Sie wollten nur schauen, dass das wir nicht. Entdecken, glaub ich. So, kurz Stamina regenerieren. Geht wieder. Ne, das ist ja ein Kühler. Also ich hab gerade im Trike-Block geguckt. Da ist nichts vom Trike. Mhm. So, die Hütte ist fast zu. Wir stellen noch eine Wand. Beziehungsweise ein bisschen mehr, falls wir noch ein Dach drauf bauen wollen. Äh, ich hau dir noch ein bisschen Stein hier raus. Dano, du suchst den Trike ein bisschen. Ja. Okay. Frag lieber nicht, wo ich bin. Versuch. Versuch ich dir noch ein bisschen, äh. Hör. Was ist los? Skorpion. Nichts, nichts Schlimmes. Okay. Hast du sicherlich Bolas dabei, oder? Ich hab Bolas, ja. Achso. Ja. Hier sind 37 Steine, Xa. Ich baue mal so eine Kiste auf. Eine Polo habe ich noch. Danke, dass du das sagst. Achso, da müssen wir aber zwei hochbauen, wenn ich die Kiste aufbaue. Egal, dann reißen wir sie wieder ab. Not, ich nutze das jetzt mal als Zwischenlager. Äh, so. Dam der Hacke, ey. Da oben würde ich sagen, mach mal nur Hals drauf, oder? Ja, mach ruhig. Hals oder Setschwing, ey? Also, sie sind definitiv nicht den Weg entlang. Äh, Setsch ist zu wenig. Weil ich war jetzt schon halb oben beim Tempel. Da oben ist keiner. Was macht man da? Jetzt mit dem Trike, das ist echt zum Verzweifeln. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt ganz extrem sind und wir rennen da hoch? Ja, dann sind wir die Gejagten sofort. Ja, ja, wir können dann runter und uns dort irgendwo ein Häuschen aufbauen. Ja, aber wir müssen denselben Weg wieder runter. Und da wissen sie dann, dass sie uns auflauern können. Halt das für eine sehr schlechte Idee, ohne Trike da hoch zu gehen. Ja, das ist das auch. Der einfach weg ist, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, wie gesagt, ich suche ihn immer noch, aber ich sehe absolut nichts von ihm. Da, wo ich gedacht habe, ist er nicht. Allerdings sind die ja auch nicht da lang. Das heißt, die sind wahrscheinlich nach rechts abbogen. Ja, hast du dem mal einen kleinen Chips gemacht? Moment. Kommt kein Dodo. Oh, ne Rampe. Er geht auch nicht hoch. Ah. Musst du nur abpfeifen, der will immer noch. Ah, ja. Gut, ich komme dann langsam runter, weil ich weiß nicht mehr, wo ich noch suchen soll. Jetzt doch schon mal runter in den Wald. Vielleicht haben sie doch irgendwie wieder runtergelockt. Na ja, du. Blöd wie? Nee, ich verstehe. Da unten ist ein Rex. Am Fluss ist ein Rex. Machen wir den Zähne? Direkt bei uns? Direkt bei uns. Wir können den irgendwie in die zur Hütte locken und da rausballern vielleicht. Ähm, ja, ich glaube der beißt durch, oder? Weiß ich nicht. Direkt am Fluss. Ich würde es nicht riskieren wollen. Uh, okay. Aber es ist auch die Chance auf den Rex. Ja, natürlich, aber ich würde es nicht bei der Hütte machen. Ich würde uns irgendwo auf den Felsen stellen und dann schießen. Ja, okay. Weil da ist es egal, was für ein Level. Das ist so fett. Echt? Man reißt die Tür kurz weg. Geh mir jetzt mal einen Schubs. Nee. Nee. Reiß mir die Tür weg. Ja, nee, wir müssen ja auch wieder raus. rauskriegen. Ja, so, ja. Ja, gut. Ja. Ja, dann nimm mal auf, follow und zieh ein bisschen weg. Komm her, Heinz. Komm, da müssen wir halt hier parken außerhalb der Hütte. Was soll's. Wir parken den unter der Hütte hier kurz. Genau, unter der Hütte können wir mal. Mit. Ja, ihr blöden den Insekten. Das interessiert mich gerade nicht. Da. Ähm. Ja, da kannst du ihn stehen lassen. Das hab ich schon gesehen. Ähm. Gut. Ich finde euch schon noch wieder. Ah, okay. Da bin ich. Jetzt weiß ich's wieder. Okay. Brauch jetzt noch einen zweiten Bogen wieder. Dafür brauche ich Wut und Fiber. Hast du davon noch was gesagt? Ich hab noch einen Bogen über. Dann tät ich ihn neben direkt. Klingt gleich bei euch. Nicht schrecken. Muss nur einmal noch Stamina regenerieren. Oh, warte mal. Oh, liegt im Schrank. Ich hol's eben was noch ab. Wo ist denn da der Eingang? Äh. An der Seite. Beim, 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 beim Busch, ja. Ach da. Dann brauche ich noch Heid wieder. Ich hab ein bisschen eingesteckt. Meine Rüstung ist ganz schön kaputt. Ja, geb ich dir gleich. Moment. Äh. Ach, da ist noch Heid. Ich hab Heid. Alles gut. Repair. Repair. Wie sieht's mit den anderen Sachen aus? Das kann ich auch mal reparieren. Ganz gut eingesteckt. Was ein Glück, dass wir doch schon taugliche Rüstung hatten. War eine grüne Schrift am Wasser. Links. Right. Moment. Ich muss nochmal zurück. Sorry. Dann, Vorsicht. Beim Wasser ist der Rex. Ja, ja. Aber ich war ja ein bisschen weiter weg. Ich sag's nur. Ich dürfte ihn komplett übersehen haben. Moment. Links am Wasser. Wo habt ihr denn eine grüne Schrift gesehen? Ah, ich hab ihn. Sehr gut. Danke Leute, ihr seid spitze. Wir haben aber Unterstützung hier. Das ist wies. Okay, Leute. Wir müssen den Rex legen. Es wird Zeit. Moment. Ich bring nochmal den Strike zu. Die haben ihn wirklich eingeklemmt. Das heißt, die sind runter zum Fluss. Mhm. Also ich hab 24 Pfeile. Ist das reicht? Ja, müsste reichen. Ich hab 18. Wie nachdem, was es für ein Level ist halt. Damo hat ja auch noch 20. An welcher Stelle seid ihr mehr rechts oder mehr links? Ich bin noch beim Haus. So. Bin noch beim Haus. Ist an mir vorbei gedoubelt. Aber irgendjemand hatte doch noch die Narkotiks. Ach, der Trike hat die. Im Trike sind noch Narkotiks. Dann können wir gleich noch welche bauen. Der Trike ist auf jeden Fall bummvoll. Ich komme. Er braucht nur gerade Stamina. Warte. Hau ihm. Ich hab da Steingrill drin gehabt im Trike. Ne, ne. Er kommt schon. Wo bist denn du überhaupt da, Anu? Da. Beim Haus jetzt. Beim Haus. Da kommen wir. Ach, den haben wir in die ganz andere Richtung. Ja. Ah, okay. Dann ist gut. Dann ist er vom Rex weg gewesen. Er hat mich jetzt eben auch gewundert, dass die gemeint haben, zurück. Du bist vorbeigelaufen. Habe ich mir gedacht, da habe ich eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass er war. So, ich baue jetzt nochmal 24 Narkotiks. 24 Narkosepfeile. Ich habe 20. Und legt mir mal bitte Flint, Thatch und sowas rein. Dann baue ich mir auch noch ein bisschen. Guck mal in den Schrank ran. Da hatte ich jetzt alles reingeschmissen, was ich so dabei hatte. Ich baue jetzt einfach auch nochmal so 56 Pfeile erreichen. So. Also ich habe 20 Betäubungspfeiler. Leg gleich nochmal. So 15 sind nochmal drin. Wer noch wenig hat, nimmt sich. Ich komme dann jetzt auf 26. Notfalls müssen wir den Rex tatsächlich mit Narko-Berries machen, wenn wir ein bisschen weiter betäuben wollen. Aber das ist wichtig, dass wir jetzt die Pfeile haben. Ja, ich habe mir mal die Hälfte genommen. Nimm du dir den Rest vorher. Sollen wir den Trike mitnehmen, dass er zur Not tankt? Oder was man hier? Wie viel Leben hat er noch? Der schaut nicht besonders gut aus. 17, 1400 hat er nur noch. Der einen Rex getankt bekommt. Nicht lange. Ich würde eher sagen, nein. Notfalls haben wir da ein Bett zum respawnern. Und der erste stellt das nächste Bett hin. Aber überlegen. Es stehen schon zwei. Ich kann auch gleich noch ein drittes hinstellen. Dann riskieren wir es so. Okay, dann kommt beieinander. Wo seid ihr? Ich bin beim Trike noch. Ich bin beim Trike. Ich komme auch gleich. Ich baue noch kurz ein paar Wände. Ja gut, der Rex ist nicht ewig da. Wir müssen jetzt wirklich... Ja, ja, ja. Ich will nur die Base soweit sicher kriegen, dass da erstmal keiner was kann. Ähm, stellen wir die auf passiv, damit sie nicht anschlagen? Ne, die müssen sich verteidigen, wenn hier jemand an die Basis geht. Also der Rex ist weit genug weg. Ja, 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 er war hier hinter den Felsen. Also es ist nicht weit. Komm, Xa, jetzt bitte. Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Da unten am Wasser war er. Da ist dann wo, meine ich, das sind zu Ruinen. Aha, da war ich vorher Wasser holen, da hatte ich Glück. Ja. Da war er noch nicht da. Müssen wir nochmal gucken, wo? Oder ich war noch blind. Der war so felsgrau, also gut sehen tust du nicht. Da vorne, ne, ist er nicht. Ich sehe ihn. Seid ihr mich? Ja, ich bin hinter dir. Ah, ich sehe irgendwas. Vorne am... Ah ja, das ist ein Rex. Oh, das ist aber ein Rex. Äh, der kämpft auch gerade. Oh, wohl, dann soll der klein kriegen. Was kämpfen der? Mit einem Agentar. Okay. Vorsicht, rechts oben am Berg sind noch ein Agentar. Also, ähm, eigentlich da, wo er gerade steht, wenn man da, also rechts auf dem Stein, heißt, da kommt er hoch? Da kann er schon hochkauen. Hier, der Stein ist gar nicht so schlimm. Oder, oder, da hätten wir... Wir müssen den halt irgendwie verkeilen. Lass uns mal, er muss auf jeden Fall gegen die Felsen laufen. Das ist richtig. Können wir von hier ballern? Puh. Wir könnten auf den... Und verhangen wir uns selbst, vor allen Dingen. Warte mal. Lass mal schauen. Hier? Genau, hierüber. Das sollte gehen. So? So, hm? Mhm. Wie ist ihn mal mit einem normalen Pfeil an? Wir haben ja so wenig Tranks. Wo sie jetzt hin? Hin und steuern. Super. Ich darf ihn... Wobei, von hier... Ah, ich sehe ihn. Moment, ich versuch's. Er kann gerade noch mit einer Säbelzahn Katze. Wow. So. So, hier oben wird's lustig. Passt ihn? Ja, ich hab ihn getroffen, aber... Er hängt da... Oh, ja, ne? Vorsicht, Katzen! Bäh, scheiße. Betäubung oder normale? Normal. Nimm den Speer. Aufs... Du, ha! Irgendwas hat mich... Ah, Katze. Ich bin da festgekeilt. So, ein Wabertuss ist down. Alle wie Polat. Ja. Der ist tot, okay. Noch einer. Bin fast tot. Ah, ich kämpfe noch mit dir. Ja, du Misti. Ich stimme dich, du. Blödes Misti, blödes. Ah, wie Polat. Der will neun und hält so viel aus. Krass. Wahnsinn, wie viel Leben der hatte, gell? Ja. So, jetzt haben wir nur ein Problem, jetzt sind wir wieder unten und der Rex ist da vorne irgendwo. Der Rex ist immer noch da vorne, ja. Hat er sich da verhangen oder nicht? Nein. Hat sich nicht verhangen. Nein, der haut einen Baum. Achso. Aber das ist ein hoher. Da kommt er aber hoch, denke ich. Kannst du es probieren? Also hier kommt er hoffentlich nicht hoch, obwohl die Katzen hier hochkommen. Er hat mich, er hat mich. Okay. Er hat die in der kurze Weile. Seid ihr oben auf dem Stein? Ja. Ich bin hier zwischendurch, dass er nicht lang kommt. Ja, er hängt. Klappen getroffen, so passt's. Ach. So, langsam schießen, damit die Akkose nicht verreutet geht. Denkt dran, wenn er abhaut, dann wird er wahrscheinlich Richtung Wasser gehen. Das heißt, da müssen wir ganz schnell nach links rum. Ja. Ja, oder wir gehen, kommen wir ein bisschen weiter runter. Er rennt. Jetzt rennt er. Autsch, das war keine gute Idee mit meinem Lim. Egal. Er kommt, glaube ich, wieder, er tritt schon wieder. Ja, er tritt gerne um. Nein, jetzt hängt er da drinnen am Felsen. Obwohl, im Wasser sauft der ja nicht, oder? Doch, doch. Wenn er tief genug klickt, schon. Wir müssen mal rumlocken, wieder. Laufen wir ein bisschen weiter links. Ja. Nur dann. So, jetzt haben wir doch. Nein, er rennt. Ja, er rennt, aber ist aus dem Wasser. Ja, das schon. Kurz mal die Chance zu trinken. Also, so rennt er uns zur Eskator hin. Ja, mit einem Schnäppchen umrann. Er kommt. Nein. Er hat da hinten zwei Katzen. Oh ja, super. Oh, ich glaube, die zerlegen den. Das sieht schon echt eingefressen aus. Ja, vor allem zerlegen uns die Katzen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Könnt ihr ja wohl an. Achtung, kommt wieder. Ja. Ich bin jetzt gleich. Ups. Außer, ich hänge ihn ab. Ich glaube, er hängt, oder? Was soll er denn jetzt hin? Ich hab die Katzen. Ich mach die Katzen tot. Wenn er zu mir lockt, kann er hier essen. Meint ihr, ich, 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 ich? Er ist im Flüchtmodus und hängt drüben an der anderen Wand. Da könnten wir ihn legen. Diesmal noch ein bisschen drauf. Ich hoffe, er kratzt nicht ab. Ich kümmere mich noch ein bisschen um die Katzen, obwohl die ist, glaube ich, hopps, die Katze. Oh, er dreht. Er kommt wieder. Ich versuch mal. Der haltet nicht mehr als ein, zwei Pfeile aus. Der ist dann tot. Bäh, bäh. Das ist das Problem an der Kiste. Ich hab hier eine tote Katze liegen, aber wir kriegen den nicht mehr zu uns gelockt hier, oder? Nein. Ja, unwahrscheinlich. Ja, sieht jetzt als Xa als Futter an. Ja, ja. Dann soll er sich an dem satt fressen. Xa, opfer dich. Nein. Seh ich gar nicht ein. Wollen wir es weiter probieren? Also, ich hab mich hier jetzt festgehängt. Ja, aber er wird sterben. Geiße, hier ist die Katze. Na? Ich hab mich als ein Futter an. Warte mal. Die Katze hinlegen. Die Katze hinlegen. Wenn du sie kriegst. Ja, ich hab sie. Ich hab sie. Bringt den her. Bringt den nach unten zum Fluss. Ist doch bei dir. Der Rex ist hinter dir. Ja, aber er kommt jetzt zu dir. Ja, 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 ja. Nee, er haut irgendwie so halb ab. Er ist immer noch an dir irgendwie, aber ich versuche ihn zu holen. Hey, du Arsch. Komm her. Nicht mehr schießen. Nicht mehr schießen. Nein, nein. Ich schieße nicht. Irgendeiner hat gerade noch geschossen. Weil so lange wir schießen, bleibt er im Fluchtmodus. Ja. Also, wenn man weiter schießt, ist das halt so. Aber jetzt haut er nur noch ab. Und um einen rennt. Er schallt den Weg auch. Ja. Runter, Junge. Runter. Richtung. Komm. Beide können Kumpels werden. Beide können Kumpels werden. Wie wär's. Wieder Akko? Nee, jetzt geht er wieder runter. Genau. Da sollst du hin. Da ist gut. So, bergab. Und da irgendwo liegt die Katze. Ich weiß noch nicht mehr wo. Kommt wieder runter. Ja, ich seh' ihn. Hat er die Katze? Läuft er richtig? Irgendwo liegt sie. Ich weiß nicht wo. Es läuft ja genau zu unserer Hütte. Oh oh. Nicht ehrlich. Nee, zu mir. Er kommt. Ja, zu mir. Ich hab ihn. Ja, er kommt zu euch. Und da. Wo ist die Katze? Verdammt. Wo lag die? Wo ist er jetzt hin? Er läuft außen rum. Kommt genau auf dich zu. Danno. Nee, doch nicht. Da unten irgendwo am Ufer lag die Katze. Ja, hängt jetzt schon fast. Schön am Stein. Ja, er hängt immer wieder sehr schön. Es ist, äh, ich glaub die tote Katze ist schon wieder dispawn, du? So schnell. Achtung, äh, Dano. Äh, nee, Koja. Hinter dir. Ja, 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 ja. Ich hab nur keine Katze. Ich seh' keine Katze. Nein, ich mein' ja nicht die Katze, sondern nur, äh, Rex ist hinter dir. Oh. Kreise. Sackkasse. Oh ja, dann ob.